In the Time of War von Lori Altmann wurde 2003 komponiert und wer hätte gedacht, dass fast 20 Jahre später dieses Stück aktueller ist denn je. Wir möchten uns ganz herzlich bei Anna Patrizia bedanken, die diese Initiative ins Leben gerufen hat und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass alle Menschen dieser Erde in Friede und Freiheit und Harmonie in Zukunft miteinander leben können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Wir sind Alina Ugarte und Angel Hernandez und wir widmen dieses Stück dem Frieden. Amen. 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 You can hear influences of the piano composer Friedrich Chopin, as well as folk tunes from the Ukraine. I hope you can also take a moment to completely put yourself inside the melodies and harmonies that Lisienko wrote and take a short farewell from your everyday life. And all of the things happening in the world right now, and just enjoy this beautiful music. I hope you 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 enjoy this beautiful music. Bye-bye. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020